Hallöchen, ich bin Nauke Poppi, wir spielen Minecraft Sky T. Schön, dass du den Weg wieder hergefunden hast. Heute finden wir in Blood Magic wieder einen geheimen Raum oder eine geheime Welt, eine Untergrundwelt, in der wir eine bestimmte Ressource finden müssen. Und diese Ressource ist gar nicht so einfach, die zu finden, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wenn du Bock drauf hast, bleib gerne dran. Wenn du neu hier bist, natürlich bist du herzlich gerne eingeladen, hier zu abonnieren. Ist kostenlos, kostet sich nichts, bekommst dafür aber regelmäßig eine Erinnerung, wenn ich dann einen neuen Part hochlade. Und natürlich den Part nicht vergessen zu bewerten. Bis gleich nach dem Intro. Klappe, die zweite. Ich muss ein Mikrofon mal richten hier. So, jetzt pass auf, Mikrofon steht richtig. Ich kann wieder was sehen. Es war eben so hoch, ich konnte den Bildschirm gar nicht sehen. Wir machen heute weiter. Und zwar hier mit dieser Dämonic Slate. Die brauchte, haben wir ja besprochen, 15 Lebenspunkte. Das heißt... Was heißt denn das überhaupt? Das heißt, warte mal. Das heißt, ich könnte ja erst mal schauen, dass wir... So, Tier 5. Mehr gibt es ja nicht. Tier 4 haben wir ja schon, Tier 5. Ich setze den mal eben hier an. So. Da haben wir eine gebaut. Das heißt, hier unten wäre dann theoretisch gesehen Schluss. Ich könnte... Ich könnte... Das ist jetzt mal so die Überlegung, dass man sich das Ding hier hinsetzt und sagt, man macht mit dem Diviner das... Äh... Well of Suffering. So heißt das Ding. Haben wir das hier irgendwo? Ist das dabei? Fullspring, Timmerman, Green Grove, iJump, Filler. Ach, das kann ich ja noch gar nicht machen, weil... Verdammt. Ich brauche nämlich noch eine Erweiterung. Ach ja. Rituals. Rituals. Getting started. Ritual Tinkerer. War das hier? Nee. Warte mal. Irgendwo konnte man noch die Rituals sehen. Ritual Diviner. Ich müsste ja jetzt eigentlich noch eine Erweiterung machen. Ritual. Und irgendwo war doch hier das... Das... Suffering-Ding. War das nicht hier irgendwo? Hier, der hier. Der Well of Suffering. Dieses Ding? Aber dafür brauche ich den Diviner Dusk. Brauche ich dafür. Alles klar. Damit kann ich nämlich machen. Der hier macht es so, dass hier drin, wenn ihr Mobs dann spawnen, killt dieses Ding die Mobs und packt das Blut der Mobs dann in diesen Blutalter. Jetzt könnte man noch mal gucken. Ach so. Ja. Wir brauchten diese Dämonic Slates. Das heißt, da kommen wir jetzt ja sozusagen erst noch hin. Alles klar. Ja. Ja, hat sich mein Gedanke schon mal erledigt? Grundliegend. Ich brauche... Wo ist denn mein Stab der Selbstopferung? Hier, da ist er. So, pass auf. Dann können wir uns sagen, wir machen uns hier... Hallo? Ach so. Kann ich nicht. Kann ich nicht, weil... Hä? Hä? Da fehlt auch was. Es tut mir leid. Dagger of Sacrifice. Okay, ich habe mein Messer, warum auch immer, weggepackt. Das sollte ja nicht sein. Das ist ja doof. Das hier ist, wenn ich andere töte oder Mobs töte. Äh, okay. Dann war das falsch. Dann können wir den ja wieder hier reinnehmen. So. Bist du schon voll? Nein, bist du noch nicht. Das war vielleicht auch gerade ein bisschen doof. Aber macht nicht. Ich war schon kurz tot, Alter. Ich habe voll nicht aufgepasst. Passt schon. Okay, pass auf. Ich brauche dieses Ding. Und dazu müssen wir eigentlich nur so eine Inboot-Slate machen. Diese Inboot-Slate habe ich ja hier. Und die klatschen wir jetzt da einfach mal drauf, um zu gucken, wie toll das aussieht, wenn der jetzt hier am Gange ist. Wir haben hier etwas über 30.000 Fluidizenz, glaube ich, gerade gehabt. 15.000 zieht da runter. Das heißt, wir haben so ein bisschen was zu tun. Auf jeden Fall. Und da haben wir sie. Das ist die Demonic-Slate. Mehr geht nicht. Ich glaube, das ist die höchste. Eine haben wir noch, ne? Eine Slate haben wir noch. Genau. Die Eternal oder Eteral-Slate. Das ist optional. Aber das ist eben das höchste der Gefühle. Mehr geht wirklich nicht. Mehr haben wir nicht. So. Wie viel haben wir gekriegt? Eine. Natürlich. Klassischerweise immer nur eine. Immer nur eine. Eine. So, jetzt kann man den Master-Blut-Orb machen. Dafür brauchen wir einen Weak-Blood-Shard. Habe ich hier noch irgendwo einen Weak-Blood-Shard? Weak-Apiration-Crystal? Ich glaube, ich habe keinen Weak-Blood-Shard mehr, ne? Wow. Das heißt, diesen Weak-Blood-Shard, den müssten wir noch mal tun. Master-Blut-Orb. Einfach nur mit Master-Blut-Orb? Reicht das aus? Ach, wir haben sogar noch einen. Ach, Sönder-Won. Dann brauchen wir uns ja keine Gedanken zu machen, Alter. Keine Gedanken. Also, ich habe gar nicht geguckt. Wie viel brauchen wir denn? Reicht das? Ups. Ich lasse mich überraschen. Aber ich glaube, das wird schwierig. Oh je. Oh je. Es reicht nicht. Verdammt. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal Blut sammeln gehen. 40.000. Oh, 40.000. Ja okay, dann kann ich natürlich lange rumwerkeln, wie ich will. Das wird nichts. Dann muss ich erstmal warten, bis ich wieder voll bin. Haben wir nicht. Wir können es doch. Eigentlich. Eigentlich. So was hier mal machen, ne? So. Hallo? Hallo? Geht mein System nicht mehr? Hallo? Hast du sowas nicht? Habe ich was kaputt gemacht? Oder liegt das vielleicht daran? Ah, guck mal. Daran lag es, wa? Ich mach mal so ein paar. Nur damit der Effekt da ist, dass ich mal ein bisschen schneller regeneriere. so, komm. Gib mal ein bisschen Power. Agathe Bauer. Ist ja lästig, dass das immer nur so zwei, dreimal einhält und dann war es da schon, ne? 17.000. Er verliert auch. Das ist nichts gut. Komm, wir müssen weiter essen. Nur damit wir ein bisschen mehr wieder reinhacken können. Ist ja nicht mehr normal hier. 33. Dieses panische Futtern, ne? Das erinnert schon wieder so ein bisschen an Bedwurstzeiten. Schnell! Goldappel! Hilfe! Wir müssen schnell regnen. So. Jetzt haben wir 53. So, jetzt pass auf. Bevor das hier alles verschwindet, 40.000 brauchen wir dafür. Das ist meins. Und als nächstes machen wir die Runen der Speicherung. Ich glaube, es hackt. Komm mal dahin. Ja, guck mal. Da haben wir ihn doch. Wow. Dann können wir den anderen nämlich hier endlich mal verschwinden lassen. Halt. Wo bist du denn? Ich habe schon gar keinen mehr. Alle weg. Lull. Das ist ja krass. Wo sind die denn alle hin? Hier ist noch einer. So, du kannst da hin. Dann haben wir nämlich jetzt den Master Blut Orb. Gibt es noch andere Blut Orbs? Ich glaube, es gibt noch. Ach, doch, einen gibt es noch. Diesen Arch, Archmage sowieso. 80.000. Im Tier 5, Alter. Mit 80.000 Leveln und einem Hellforge Block. Hellforge Ingot. Wo kriegen wir das her? Aus Demonite. Und wo kriegen wir Demonite her? Musst du wieder farmen, ne? Ja, ja. Ja, das war klar. Zeig mal. Demonite Org can only be found within dungeons. Ah, okay. Performance Key. Ja, gut. Dann ist das so. So, dann mal gucken, ob wir den hier irgendwie hinkriegen. Haben wir den schon gebeindet? Ja, den haben wir gebeindet. Ist klar. Das ist gut. Dann kann der Rest nämlich hier auch mit rein. Können wir gleich wieder so ein bisschen einsammeln. Nur, damit das Blut nicht hier im Nirvana verschwindet. Das was nicht verschenken, ne? Darf ja auch nicht sein. Müssen wir ja schon für uns behalten. So, dann wäre das Thema eins. Thema zwei ist, wir machen jetzt noch diese Dinger hier. Die Charging Room. Runes. This rune creates a 1000 LP internal buffer. Whenever the altar is not being used for crafting or filling Blood Orbs. Whenever an item is placed inside of the altar, it will instantly consume the story. Leute, genau. Die wollen wir nicht mehr machen. Die Charging Blut Runes. Damit das nicht alles immer verschwindet. Dann haben wir noch Rune of Augmented Capacity. This rune increases the capacity of the altar by a Multiplicator of 7,5% pro Rune. Okay. Dann haben wir hier noch die Acceleration Rune. This rune accelerates the operations of other runes, like the Charging or the Displacement Rune. It removes one tick per... Also das heißt, er macht es schneller sozusagen. Okay. Das sind die Ziele. Diese Runen müssen wir einmal durchkauen. Ist jetzt nicht sonderlich schwer. Das einzige Schwere daran ist die Demonic Slate, die wir dazu brauchen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein paar Slates machen. Ich glaube, das tun wir auch. Nur damit wir sie haben. Und dann können wir hier weitersehen. Teleportation Siegel. Ist ja nichts anderes als Teleportation und eben rückwärts. Das können wir dann auch noch machen. Nur damit wir sie haben. Nutzen wir immer sie, glaube ich, nicht. Aber zumindest mal zeigen. Glaube ich, das klingt so nach einem Plan. Okay. Das heißt, ich werde jetzt zusehen, dass ich diese Demonic Slates vermehre. Ich habe hier so ein paar Inboot Slates. Ich glaube, ich werde so 21. Gerade Zahl 20 machen. Nur damit wir sie haben. Das mache ich jetzt einfach mal. Dazu brauche ich natürlich erstmal wieder volle Herzen, dass wir dann eben Gas geben können. Dementsprechend cutte ich hier. Weil ihr müsst mir, glaube ich, nicht zugucken, wie ich hier diese Dinger mache und mich jedes Mal selbst massakriere. Weil wird ja auf Dauer gesehen auch langweilig. Oder? Glaube ich. Vielleicht. Eventuell. Mal sehen. So. Einfach nur machen lassen und dann wird das schon schiefgehen mit dem Nachbarn und ja, passt schon. So, komm. Put, put, put. Siehst du, da haben wir schon einen und so. Und so geht es jetzt die ganze Zeit weiter und dementsprechend würde ich sagen. Oder nicht? Doch, bis gleich, ne? Ja, bis gleich, komm. So, das sollte der Letzte sein. Das sollte jetzt endlich funktionieren und dann haben wir alle im Endeffekt verarztet. Und, äh, komm. Ohne Witz. Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Egal. Pass auf. Ich sage mal 21 Stück, das reicht. Ich habe keinen Bock mehr. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe einfach keinen Bock mehr. So, pass auf. Dann machen wir jetzt erstmal hier dieses Ding. Da haben wir die Charging-Rune. So. Einfach nur, dass wir sie erstmal haben. Die Geschwindigkeits-Rune. Die Geschwindigkeits-Rune. Wir brauchen eine Speed-Rune. Wir brauchen dafür eine Speed-Rune. Ist das dein Ernst? Es ist dein Ernst. Wir brauchen dafür echt eine Speed-Rune. Okay. So, das haben wir auch. Dann haben wir hier noch die Augmented. Dafür brauchen wir eine Capacity-Rune. Wir brauchen dafür eine Capacity-Rune. Das ist ja mal Stone. Dann nehme ich gerne anderen Stein für. Weiß ja nicht immer das Ende Stein. Weil das ist auf Dauer gesehen dann doch etwas teuer. Deswegen bleibe ich gerne dabei. So. Und dann haben wir nämlich hier dieses Ding noch. Und das. Und dann haben wir das. Und wir haben quasi die Runen. Davon muss ich gleich noch ein paar mehr machen. Weil ich würde gern das Reihe für Reihe rumziehen wollen. Von jedem etwas. Weißt du? Weil wir haben hier so viele. Alter. Wir haben hier so viele Dinge. Deswegen würde ich jetzt eine Reihe die eine machen. Der andere die. Und die nächste die. Weißt du? Das ist nochmal so mein Plan. Achso. Und wir brauchen tatsächlich. Oh. Uiuiui. Diesen Block. Den brauchen wir. Krass. Okay. Passt. Oder passt nicht. Das lässt sich dann zeigen. Okay. Gut. Beziehungsweise schlecht. Wir machen noch die Teleportations-Siegels. Dafür brauchen wir einen Teleposer. Was zu Fug ist ein Teleposer? Der Poser. Der Alte. Ah. Okay. Wir brauchen eine Enderperle und 2000 Life Points. Enderperlen haben wir. Und wir brauchen noch 2000 Life Points. Also 4000 insgesamt. Oh. Das ist ein bisschen viel. Aber das macht nichts. So sehe ich das mal. Das macht nichts. So. Und so. Dann kannst du dich nämlich einmal ausräubern hier. Und dann haben wir nämlich jetzt hier die Möglichkeit und können daraus der Gerät machen. So. Einmal. Und noch ein zweites Mal. Ich habe die Befürchtung. Den brauchen wir noch ein paar Mal. So. Enderperle. Gold. Und eine Korosfrucht. Oh. Habe ich sowas? Haha. Da hören sie nämlich schon auf. Meine drei Probleme. Ja. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Das heißt. Wir müssen jetzt noch in den Neta. Ich brauche einen Appel. Falsches Lagersystem. Dann da. Braucht doch keinen Appel. Ich brauche einen Appel. Vielleicht auch nicht. Warte mal. Ist der hier oben noch drin? Wo habe ich ihn denn hingepackt? Ah. Warte mal. Ich kann mir vorstellen. Da das hier ist. Weil. Ich kann mir vorstellen. Genau. Und jetzt müssen wir uns von hier noch einen Appel holen. Achso. Ich habe gar keinen. Doch. Doch. Einen Platz habe ich noch. Dann müssen wir nämlich hier wieder hingehen. Ah. Wobei. Warte. Ich lasse den erstmal so stehen wie er ist. Warte erstmal. Warte erstmal. Zur Vorsicht. Eine Enderperle. Und nochmal Gold. Eine Enderperle. Und ich brauche noch. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Äh. Da. Warte mal. Wo war denn das? Da. Ne. War das hier drin? Warte. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen. Alchemie. Doch. Alchemie. Da. 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 Nein. Falsch. Da. 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 Ha. So. Dann lutschst du das mal hoch. Dann können wir nämlich hier den nochmal machen. Siehste. Ich habe es mir schon fast gedacht. Da brauchen wir noch ein Void Sigil. String. Ein Buket. Und Gunpowder. Gunpowder. Können wir das nämlich auch machen? Das. 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 Du kannst raus. Ne. Einer. Bitte. Danke. Dann haben wir nämlich hier noch so ein Void Ding. Das müssen wir noch machen. Denn ohne dem kommen wir nicht klar. Mit unserem kleinen Leben. Aber ist okay. Gut. Und eine Reinforced. Dann haben wir es. Und jetzt funktioniert es auch mit dem Nachbarn. Klasse. So. Ich musste eben mal kurz den Ton ausblenden. Weil ich musste mir das Nähskin putzen. Ist so. Das olle Nähskin. So. Dann brauchen wir noch Gold und einen Eimer. Du kannst mit rein. Dann brauchen wir noch Gold. Danke. Gold. Und noch ein Buket. Siehste. So langsam werden sie immer weniger. So. Dann macht er jetzt auch. Kann sich also nur noch um Stunden handeln. So. Oh. Kaputt. Oh. Tut mir aber leid. Tut mir wirklich, wirklich leid. So. Dann kannst du einmal hier rein. Du kannst einmal da rein. Und jetzt brauchen wir diese Dämonic Slates wirklich. Wirklich, wirklich. Damit da auch was passiert. Genau so. Ist aber auch wieder lustig. Das stelle ich jedes Mal aus Neuem fest. Dass die Symboliken. Da hat sich also wirklich eine Platte gemacht. Immer anders aussehen. So. Das haben wir. Gucke mal. So langsam wird es doch toll. Und hier können wir machen unseren Diviner Dusk. Dafür brauchen wir erstmal einen Block of Kohle. Warte mal. Teleportation. Now you see me. Sigil of Suppression. Achso. Ich habe kein Blut. Ich habe kein Blut dabei. Alles klar. Ja. Ich probiere das mal aus. Ich bin mir nämlich jetzt nicht so ganz sicher, wie das funktioniert. Aber ich packe das erstmal hier rein zu die anderen. So. Da brauchen wir Kohle. Kohle. So. Klatschen die hier rein. Dann nimmt er sich davon erstmal 2000 weg. Das war ja leicht. So. Dann packen wir unseren Diviner. Den wir hier unten drin haben. Und dieses Ding zusammen. Oder auch nicht. Wieso nicht. So. Den haben wir. Den haben wir. Da brauchen wir zwei davon. Und dann noch eine Demonic Slate. Das wäre ja zu einfach gewesen. Das wäre ja wirklich zu einfach. Man sollte vielleicht. Das steht da garantiert auch. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, dass das da steht? Mache zwei. Wollen wir wetten? Ich brauche dann zwei? Es ist unglaublich. Es ist unfucking fassbar. Ehrlich. Ich glaube so war das. Ich glaube so war das, ne? So. 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 Und dann haben wir hier den Dusk. Geilo. So. Wenn wir den nämlich jetzt haben. Dann können wir nämlich jetzt ausführen. Das Well of Suffering. Da müsste der nämlich jetzt einfach sein. Magnetism. Harvest Moon. Da ist der Well of Suffering. Und wenn wir jetzt nämlich einen Ritualstein nehmen. Und den genau hier drunter packen. Genau hier drunter. Dann hast du nämlich die goldene Mitte. Und. Wenn es nachher dann dunkel wird hier unten drin. Dann können wir nämlich Mobs spawnen. Und. Die werden getötet. Und. Alles weitere geht. Da habe ich hier mein Leuchteling. Alles weitere geht dann oben in den Blutaltar. Überleg mal wie cool das ist. Du musst hier um kein. Nichts mehr Gedanken machen. Es wird automatisch alles gefüllt. Das finde ich voll cool. Habe ich noch so einen Ritualstein hier? Wahrscheinlich. Nicht. Doch. Master Ritualstone. Guck mal. Den brauchen wir noch. Den würde ich nämlich genau hier drunter platzieren. Und passt das denn? Ah. Wirkt glaube ich eng, ne? Es wird eng. Wir müssen auf jeden Fall hier unterwärts noch alles freiräumen. Das müssen wir weiter. Höher können wir nicht. Ja. Weil das ist nämlich schon der letzte da hinten. Genau. Das ist der letzte. Es geht höchstens nochmal runter. Es geht drei runter. Eins, zwei. Genau. Und das hier unten sind dann die letzten. Das heißt, wir müssen Wir müssen wirklich bis hier einmal ringsrum ausbuddeln dann. Hier sind ja die Hiveslabs drauf. Die müssen wir einmal ausbuddeln. Und dann können wir den bauen. Ja. Dann. Dann. Aber da haben wir zumindest schon mal einen Plan für, dass das passt. Das geht. Haben wir auch. Und jetzt geht es nämlich los. Wir brauchen dieses Ding. Dieses Ding machen wir unter anderem aus einer Hellfire Forge Record. Oder Hellforged Record. Wo kriegen wir die her? Die kriegen wir her aus dem Block of Raw Demo Night. Und Raw Demo Night kriegen wir nur tatsächlich. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo wir die Dinger herkriegen, ne? Raw Demo Night. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da muss ich mal schauen, wo ich das herkriege. So. Nach ein bisschen suchen bin ich dann auch drauf gestoßen. Und zwar heißt dieses Ding Endless Realm. Und zwar bin ich hier auf der Seite 1 in Richtung Dungeon gegangen. Dort habe ich natürlich einmal, ja klar, die Dungeon Keys und so weiter. Das ist ja das, was wir schon hatten. Und bin da bei Demo Night gewesen. Und irgendwann, irgendwie bin ich dann in Richtung Dungeons gegangen und habe festgestellt, dass es hier eben diesen Endless Realm gibt. Es gibt einmal diesen Edge of the Hidden Realm. Das ist das, was wir schon gemacht haben. Und dann habe ich irgendwann gesehen, es gibt noch einen weiteren zum Endless Realm. Und das ist dieses Ding. Das dürfen wir machen. Dafür brauchen wir 69 Runen. Wir brauchen ein Reactivation Crystal. Und wir brauchen natürlich 150.000 Life Points in unserem Blutorb. Blutorb, damit wir den überhaupt starten können. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal, damit wir in das nächste Ding reingehen können, um dann tatsächlich die benötigten Ressourcen zu bekommen. Ganz klar. So, dazu würde ich jetzt, glaube ich, erstmal hier mein ganzes Inventar einmal kurz zwischenparken, damit ich Platz habe. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich auch, damit es nicht unbedingt entnervend wird, um es mal so auszudrücken. So, ich denke, das sollte passen. Ich brauche, eigentlich bräuchte ich zwar noch Tools. Wir bräuchten, gibt es nicht auch für Blood Magic, da gibt es auch Waffen. Waffen. Das brauchen wir natürlich auch noch. Wir brauchen noch Equipment. Und das ist die Frage. Das hier ist doch Blood Magic, oder nicht? Ah ne, Project E ist das. Gibt es von Blood Magic keine Waffen? Muss es doch geben. Muss es doch geben. Warte mal. Blood. Magic. Hier haben wir doch Sentinence Sword. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nur so ein Billow-Zeug, ne? Macht jetzt nicht wirklich Schaden oder so. Das ist ja das, was ich hier habe. Gibt es tatsächlich nicht. Gibt es nicht irgendeinen Ring oder sowas? Womit man dann vielleicht bei der Verzauberung... Hä? Es muss doch von Blood Magic irgendwelche coolen Waffen geben. Die dir irgendwie irgendwo weiterhelfen. Weiß das einer? Bitte mal ins Kommentar. Es gab doch mal... Es muss doch hier irgendwo auch coole Waffen geben. Es muss doch irgendwie geile Zaubereien geben. Verzauberungen jeglicher Art. Okay. Keine Ahnung. Ja, dann ist das halt so. Pass auf. Dann machen wir Ritualsteine ohne Ende. Wir machen nochmal einen Master-Ritualstein. Und wir brauchen... So. Und dann geht das los. Wir machen nochmal einen Master. Master, Master. Mr. Master, Master. Denn den brauchen wir auf jeden Fall. Und daraus machen wir dann eben diese Dinger. Und da fehlen uns die Rien-Wurst. Oh. Müssen wir mal gucken, ob wir da nicht noch welche machen müssen, wa? Äh. Das sieht bald so aus. Ähm. Ja. Das sieht mir bald ganz danach aus. Das wird nicht lang. 16. Das wird nicht lang. Okay. Ich mach nochmal ein paar Steine. Das mach ich einfach mal. Ich mach nochmal ein paar Steine. Und dann sehen wir uns sofort. So. Jetzt haben wir das fertig. Ich hab zwischendrin auch schon nochmal gebaut. Und ich hab den Blutorb in der Hand. Weil ich hab den Blutorb jetzt auch nochmal gefüllt zwischendrin. Das heißt, es ist jetzt hier eine reine Aufnahmezeit. Nur vom, ähm, ja, Befüllen. Beziehungsweise Machen der Platten. Beziehungsweise Machen der Ritualsteine. Ich hab hier unten auch noch welche drin. Ähm, da ist der letzte Rest. Die hab ich halt alle gemacht. Jetzt hab ich natürlich nur keine, äh, äh, Platten mehr dafür. Aber ist ja egal. Äh, hab parallel, wie gesagt, diesen, diese Plattform noch gebaut. Weil ich wollte jetzt nicht da unten das andere Ding auch noch mit dazwischen setzen. Also, wenn wir nämlich jetzt uns das Ding angucken. Ich hab jetzt, bin ich davon ausgegangen, 9x9. Bin ich jetzt der Meinung, sollte das passen? Ähm, dementsprechend hab ich jetzt hier so eine Art, so eine Art Raum gebaut. So eine Art. Und hab mir überlegt, ich setze da jetzt einfach dieses Ding hin. Und wir suchen uns jetzt einfach, ähm, den brauchen wir nicht. Hallo? Hallo? Ohne Witz, out of range. Ist das dein Ernst? So. Und hab mir überlegt, wir machen jetzt einfach dieses, äh, Ding hin. Das Endless Realm sozusagen. Ähm. Edge of the, also Pathway to the Endless Realm. Ähm. Guck mal, ob wir den finden hier. Ja? Dass wir den irgendwo hinbekommen. Ne? Pathway to the Endless Realm. Okay, pass auf. Den bauen wir da jetzt mal hin. Der sollte hier auch gut hinpassen, meine ich. Den, äh, mal gucken, ob die Steine, die wir haben, ob die reichen, dass der fertig ist. Ich traue mir nämlich auch zu, dass ich vielleicht, maybe, tatsächlich, aber das sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. Ja, doch, sieht gut aus. Und auch schön zentral, ne? Muss man ja auch sagen. Schön zentral. Geht. Passt. So, dann müssen wir noch diesen Weak Activation Crystal machen. Wir haben, äh, die Voraussetzung, dass wir 150.000 Life Points brauchen. Wir haben aktuell 375, sollte also reichen. Dementsprechend aktivieren wir dieses Ding mal. So sieht das ganze Ding aus. Und, äh, wir haben ihn gebaut. Und haben jetzt noch 225, ja, geht, ne? Geht mal mit Leben. Das passt. Ich habe, glaube ich, zur Not mal meinen Zahnstocher 3000. Den haben wir nämlich per Zufall wiederentdeckt. Den packen wir einfach mal ein. Und, brauchen wir noch was? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich brauchen wir erstmal nichts. Und, dann sehen wir weiter. Ich packe das mal hier rein, alles. Ähm, für den Fall, dass wir, aus welchen Gründen auch immer, Platz brauchen. Okay, lass mich echt überraschen. Es ist nur die Frage, wo ich diesen Gem noch sehe. Sollten wir, bevor wir da jetzt reingehen, den vielleicht auch noch machen? Warte mal. Wenn wir schon dabei sind, weil ich glaube, da werden uns ganz, 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 ganz viele Monster, wenn ich das noch in Erinnerung habe, ähm, dabei erwischen. Denn, wir brauchen dafür ein Command Attack Jam. Wir brauchen eine, äh, 1000 Will Minimum. 1000 Will Minimum. Wir haben 1024. Aber ich habe nur ein Lesser Attack Jam. Das heißt, theoretisch gesehen müssten wir, wenn wir jetzt hier noch ein Command machen wollen, ähm, Command Attack Jam, dafür brauchen wir ein Lesser. Und dafür brauchen wir 240. 40 Will. Will, 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 Will. Lesser, come on, greater. Also wir bräuchten sogar noch zwei Lesser. Ähm, und ich habe nur einen, ne? Ja. Wobei, nee, ist ja egal. Warte mal, wir haben doch den einen. Jetzt bin ich ja gerade so ein bisschen verwirrt. Da brauchen wir, also wir müssen noch ein Command machen und wir brauchen nur ein Lesser. Lila Lesser. Pass mal auf, den können wir doch theoretisch gesehen noch machen, ne? Wir brauchen eine Input Slate. Das machen wir einfach mal. Dann, äh, können wir den nämlich parallel dazu, weil wir jetzt eh schon da drüben sind. Ähm, den nochmal klatschen. Gold. Können wir nämlich noch einen Block of Gold machen? So. Nein, da rein. Was war das noch? ein Dier. Ein Dier. Mir, Dier, Knie. So. So. Nee, du musst hier rein. Und dann können wir dich nämlich einmal zaubern. Und dann haben wir nämlich da schon mal den zweiten. Danke. Jetzt haben wir aber keine tausend mehr, ne? Wir bräuchten tausend tatsächlich. Ha. Aber die Überlegung ist, wenn wir jetzt rübergehen und die klatschen, wir haben ja so ein paar Dinger noch, dann ist der jetzt zumindest erstmal wieder voll. Erstmal. Ich glaube, das wäre okay. Brauchen wir noch irgendwas? Boah, ich weiß es nicht. Futter habe ich ja hoffentlich noch genug. 66, 312 Brotter. Ich glaube, das reicht erstmal noch. Los, wir gehen da mal rüber. Wir gucken uns das Ganze mal an. Stasi ist auch dabei. Ach so, warte mal. Ich könnte ja theoretisch gesehen, damit hier keine Möpskin sporen, sporen, Koppel. Vor meinem Fenster, ohne Witz, vor meinem Fenster sind gerade kleine Spatzen? Na, Spatzen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Die machen einen Höllenlärm, Alter. Ja, damit hier nicht unnötig noch irgendwer spawnt. Ich kleide mal das ganz schnell eben aus. So, jetzt habe ich es zumindest mal noch kurz eingekleidet, etc. pp. Ich mache das später noch schön hier. Wir machen nochmal einen richtigen Raum draus, mit Dach auf dem Kopf und hast du nicht gesehen. Aber, wo ich jetzt hin möchte, ist hier einmal rüber. Ich hoffe, haben wir noch Schlüssel? Fällt mir das dazu ein? Ich habe keinen Schlüssel mehr, ne? Oh, das könnte eng werden, tatsächlich. Jetzt haben wir keine Schlüssel mehr. Die haben wir, glaube ich, alle aufgebraucht, ne? Oder? Key. Einen haben wir noch. Den nehmen wir nochmal mit. Haben wir hier noch einen Schlüssel drin? Fällt mir jetzt gerade mal so ein, Ne. Wir haben wirklich nur noch diesen einen. Dann müssen wir jetzt hoffen, drauf bauen, dass wir da drüben einen finden. Wir gehen mal rüber. Bums. Okay. Gleiche Höhle, gleiche Stelle, gleiche Welle. Lavas. Ne, Lava nicht. Oh. Warte. Ich muss mal ganz kurz zurück. Ich habe nämlich das falsche Siegel mitgenommen. Warte. Äh. Bloodlamp. So. Da wollte ich nämlich mit hin. Das wollten wir noch mitnehmen. So. Jetzt. Weil, dann können wir das Ganze nämlich einmal ausprobieren. Siehst du? Und schon haben wir hell. So. Okay. Dann wird es nicht ganz so dunkel. Alles klar. Guck mal, da haben wir schon einen Schlüssel. Haben wir hier schon. Immerhin. Besser als gar nichts. Flux. Redstone das. Ancient and Tome. Okay. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch ein paar Schlüssel. Jetzt haben wir fünf insgesamt. Pferderüstung. Yay. Copper Black. Backpack. Ein Backpack. Heu ja. Bedrod. Okay. So. Wo gehen wir hin? Welchen nehmen wir zuerst? Gehen wir den Kisten entsprechend? Hier haben wir vorgestanden. Pass auf. Wir nehmen den. Ja. Da geht es nämlich schon los. Oh, der hat aber offensichtlich gut. Ja. Aua. Der hat geleckt. So. Sind wir hier jetzt voll? Nein, immer noch nicht. Oh, nee. Wir schießen erst mal so ein bisschen Licht in den Raum, ne? Ja, ja. Komm mal her. Das sieht nach mehr aus auf jeden Fall. Wir gucken mal rein. Das ist auf jeden Fall What? Ui. Ich habe es nicht damit gerechnet, dass er mich hier killt. Alter. Bist du bekloppt? Ich habe es nicht damit gerechnet, dass du mich tötest, Digga. Ernsthaft? So, die bauen wir mal ab. Ernsthaft? Der hat mich gekillt. Ich glaube, es hackt. So, ich baue die einfach ab, weil ich habe nämlich keinen Bock drauf. Was haben wir hier? Warpid Stem. Kupfer. Guck mal, jetzt findest du hier auch ordentlich mal was, ne? Machen wir noch einen Schlüssel. Das ist immer gut. Schlüssel sind immer gut. Das geht. Das haben wir hier unten, glaube ich, auch noch ein Kistchen. Guck mal, und hier geht es dann tatsächlich sogar auch weiter. Ich weiß nicht, wofür ich das gebrauchen könnte, aber ich nehme es mal mit. Achso, ich sollte vielleicht mal einen Todespunkt remoffen. Den sollte ich vielleicht mal wegmachen, ne? So, das ist natürlich jetzt die große Frage. Guck mal, hier geht es jetzt immer weiter, ne? Es geht hier immer weiter, immer weiter. Alter, was für ein Gang. Ah, ja, das klingt schon mal gut. Ups, was war das? The lock breaks and fizzes out of existence. Ah, die können wir abbauen. Oh, lol. Da ist Ende. Da geht es nicht weiter. Ah! Okay, dann bauen wir da mal zur Vorsicht einen Stein wieder hin, dass ich da nicht rausfalle, ne? Ich kenne mich, ja? Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Okay. Jetzt haben wir hier nur irgendwelche Gänge zwischen, oder was? Oben drüber. Das klingt nach oben drüber, ne? Das klingt jetzt nicht gesund. Ohne Witz. Oh, das ist der gleiche. Was haben wir hier noch? Jetzt habe ich... Ah, guck mal. Machen hier mal überall Licht rein. Okay. Okay. Du scheinst gut langsam zu sein. Okay, da bist du gut aufgehoben. schön in so einem Spinnenweben. So? So? Noch irgendwo einer? Nee. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Plant Oil. Okay. Lol. Was auch immer das ist. Also, es ist für mich gerade hier absolutes Neuland. So was hier zu durchsuchen. Oh lol. Cool Sand. Iron Sand. Smaller Catalyst. Jetzt haben wir noch einen. Wo gehen wir hin? Gehen hier geradeaus weiter, ne? Oh oh. Ja, doch. Der sieht nach mehr aus. Aber. Hau mich doch nicht immer. Was machst du denn da? Boah. Alter. Diese Lacks, ne? Das sind, die sind gefährlich. So. Du bist doch jetzt langsamer voll. Tausend. Theoretisch gesehen könnten wir uns jetzt den anderen machen. Erstmal. Bevor. Oh. Oh. Bevor wir schön ausleuchten. Bevor wir jetzt hier nochmal weiter klatschen. Das wäre natürlich jetzt nochmal sehr hilfreich. Kann ja fliegen. Da war ja was. Die bauen wir erstmal hier alle ab. Dann sind wir nämlich zumindest, was Spawner betrifft, erstmal, zumindest die offensichtlichen Spawner. Erstmal sicher. Was haben wir hier? Sulfur. Da ist nix drin. Danke. Close Quarters. Okay. Was auch immer das bedeuten soll. Hier haben wir noch ein paar Toe Fruits. Die sind vielleicht nicht ganz uncool. Da in den Fässern. Ich mache das nur zusammen, damit ich sehe, wo war ich schon dran. Das ist deswegen. Das mache ich einfach für mich. Jetzt haben wir das Problem, dass wir keine Schlüssel mehr haben. Wir müssen die Schlüssel machen. Das ist dann das erste Mal, dass wir tatsächlich selber Schlüssel machen müssen. in den Barrels ist nix drin. Das ist wirklich nur in den Kisten irgendwas drin. Alles klar. Ich habe jetzt auch keinen Schlüssel mehr. Nee, habe ich nicht mehr. Okay, das heißt, wir müssen definitiv nach Hause und Schlüssel bauen. ob wir das wollen oder nicht. Es sei denn, wir finden jetzt hier noch irgendwo ein. Aber sieht nicht da aus. Nee. Das Spiel ist mir nicht huldig. Es gönnt mir nix. Es gönnt mir einfach nix. doofes Spiel. Wofür das doofes Spiel, Alter? Das weiß ich auch nicht. Man könnte wahrscheinlich abbauen, aber es würde, glaube ich, nix bringen. Wenn wir es abbauen, kommt dahinter wahrscheinlich kein Raum mehr. Aber dieses Siegel aus dem Bloodlamp ist schon ganz cool. Das muss ich echt sagen. Das ist schon eine geile Idee. Damit kannst du wirklich deine Lichter und Lampen überall hinschießen. Leuchtest so mit dem Raum aus. So. Und läufst da nicht Gefahr, dass du noch irgendwie irgendwo einen spawnen lässt, der da nicht hingehört. Okay, das heißt, so gern ich auch weitergehen wollte, aber ich habe ja über schon gemaukt. Wir müssen nach Hause. Wir müssen neue Schlüsse machen. Ob wir das wollen oder nicht. Das ist so. Und das, liebe Freunde, mache ich jetzt erst mal. Genau. Das mache ich erst mal. Das mache ich nämlich offscreen. Dann baue ich ein paar Schlüssel, bereite mich schon mal vor für die nächste Folge. Dann haben wir genug Schlüssel und in der nächsten Folge nehmen wir das Dungeon richtig auseinander und finden dann hoffentlich unsere Rohstoffe, die wir brauchen. Weil ich meine zu wissen, da war mal irgendwo so ein großer Tower mittendrin, den wir dann abfrühstücken müssen. Deswegen, wenn euch der Part gefallen hat, wenn ihr wisst oder wenn euch das vielleicht auch ein bisschen selber nach vorne gebracht hat in Sachen Bloodmagic, gerne einen Kommentar runterlassen. Natürlich auch Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer, bewerte den Part und wer möchte, kann auch gerne ein Abo dalassen. Wir sehen uns wieder zum nächsten Part hier auf diesem Kanal. Bis dann. Auf Wiederhören. Ich bin sicher, Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.